Dieses zu veräußernde gut gepflegte Siebenzimmer-Ein-Familienhaus steht in Warendorf. Das im Jahr 1956 erbaute Gebäude verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat fünf Schlafzimmer, drei Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 983 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 132 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 220.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne mit zur Verfügung.